Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind gerade hier, während Melody am Dansen ist. Und die Kids sind gerade noch in der Schule. Und sie hat bestimmt gerade irgendwas zu tun. Genau, sie kümmert sich nämlich um ihre Fähigkeiten. Und ja, sieht doch schon ganz gut aus. Stimmt, Melody ist ja auch schwanger, ne? Vielleicht kriegen wir es hin, dass sie diese Folge schon ihr Kind kriegt. Das wäre natürlich sweet. Wieso kann man als Schwangere keinen Schlammbad nehmen? Ist das in irgendeiner Form schädlich für ein Ungewogenes? Das serviert mich ein bisschen. Jawoll! Ja! Oh, er hat nichts, aber egal. Es gibt zwei Einserschüler. Und das ist perfekt für uns. Oh mein Gott, als ob er es so knapp nicht geschafft hat. Und jetzt muss er halt das ganze Wochenende hier sein. Wow. Das ist das schlimmste Gefühl im Leben, ey. So, und sie können wir dann krank entlassen. Ich freue mich. Alles Gute zum Geburtstag. Yay. Nicht kokett. Na gut. So, und er kann sich dann das ganze Wochenende über seine Fähigkeiten kümmern. Was sehr, sehr gut ist. Weil dann kann er umso schneller dann ab Montag gealtert werden. Potenziell. Und das wäre natürlich sehr, sehr sweet. So, und was geht bei dir ab? Du bist ein Geek und ein Nerd hier. So, dann pack das mal dazu. Es sieht süß aus. Entfernen wir sie mal eben. Und wir geben uns in den Create-Easy. Wir geben uns in den Create-Easy. Teilweise lütlich wegen diesen Tonen. Oh Mann, ey. Die fühlt sich geil, weil sie mit Stäbchen essen kann. Geil. Uh. Hier ist ein Typ. Natürlich sagen wir hi. I mean. Ne? Wir haben gar keine andere Wahl. Weil wir kriegen bald unser Kind. Und dann brauchen wir ja schon Nachschub. Sie macht auch direkt in der Unterwäsche die Tür auf. Man kennt's. Wir sind direkt Best Friends. Das kennt man auch. Wir können ja schon mal ihn betören und so. Zac Efron, Alter. Naja. Von dem Kind kriegen ist bestimmt nicht schlecht. Das ging schnell. Habt einfach ein Techt der Mächte, weil warum nicht? Erstes Techt der Mächte. Fast. Ach, wegen ersten Techt der Mächte mit jemand Neuem. Ich dachte schon so. Das ist immer etwas. Was? Das erste Mal unter der Decke mit einem 90er. Sim ist immer ein erinnerungswütiges Erlebnis. Dann wird sie 100 Stück davon haben. Naja, nicht ganz. Sie hat ja auch schon mehr Dinge bekommen. Aber. Hm. Ah. Bibi. Ja. Bibi. Los geht's. Im Badeanzug. Moin, Bruder. Moin. Okay, ich hab keinen Bock mehr, dass er jedes Mal ausrastet, wenn wir ein Kind kriegen. Ich werde jetzt. Kann ich nicht irgendwo sagen, dass wir einfach nur Freunde sein wollen? Bitten nur Freunde zu sein, da. Er ist richtig abgefuckt von seinem Leben, ey. Sieh so. Du weißt, das ist schon nicht. Das sind nicht alles deine Kinder. Das war eine einmalige Sache. Diese Stiefel, Alter. Was hat sie denn für epileptische Anfälle, Alter? Geht's? Okay. Wenn es ein Mädchen ist, kann ich irgendwelche Random Namen nehmen, weil wir mit dem Alphabet durch sind. Wenn es ein Junge ist, geht's mit O weiter. Ein Junge. Oskar ist ein süßer Name. Und wir haben noch ein Junge. Philipp. Die werden dann am Montag gealtert. Okay. Alles klar. Muss ich mir auf jeden Fall merken. Das muss in meinem Kopf bleiben. Ich sparte es mir am besten auf. Juhu. Wieso können diese Kinder eigentlich nicht einmal bei mir normal unten platziert werden? Mein Gott, ey. Das kann doch nicht sein. Denen geht's auch direkt scheiße. Mut auf jeden Fall. Junge, verpiss dich, Alter. Nee. Ich muss gleich wieder abschließen. Ja! Er soll einfach gehen. Dann geht das auch. Meine Fresse. Boah, ich hasse das so sehr. Das alles immer komplett. Ach, meine Fresse, ey. Für jeden aus der Melodie. Oh mein Gott, ey. Es ist Herbst. Und Tag der neuen Fähigkeit. Das ist eigentlich gar nicht mal bad. Ich habe ihre Binde gewechselt. Warum stinkt sie immer noch? Ich glaube, das ist doch auch der Moment, wo wir aufhören sollten. Denn wir sind am Ende angelangt und so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Und Tschüss. Tschüss.